Hallo meine Lieben, schön, dass ihr einschaltet. Heute wieder eine Frage aus euren Reihen, die ich in diesem Video beantworten möchte. Da war die Frage, wie sieht denn die ideale Reitstunde für Reiter und Pferd aus? Da man das pauschal gar nicht so beantworten kann, habe ich dann das heutige Video für euch dazu bereitgestellt. Wie ich eingangs schon sagte, war die Frage aus euren Reihen, wie sieht eigentlich so die ideale Reitstunde aus für Reiter und Pferd? Das kann man nicht so pauschal sagen, weil hier im Rheinland sagt man, jeder Jeck ist anders. Und genau so ist das beim Pferd auch. Das eine Pferd bevorzugt, das eine Pferd bevorzugt. Das und das andere Pferd bevorzugt, dass der eine Reiter mag jenes, der eine Reiter mag das. So, da ich ja jetzt aber nicht so ein ganzes Potpourri aufspannen kann, möchte ich mal so ein paar Punkte aus einer Reitstunde herausholen. Und da müssen wir im Prinzip vorne starten. Das heißt, wenn ihr in die Halle kommt, auf den Reitplatz, auf den Springplatz und anfangt, euer Pferd zu gurten, die Bügel runter zu machen und aufzusteigen. So, damit fängt für mich eigentlich die Reitstunde an, weil bis dahin habe ich geputzt. Ich habe das Pferd zu der Reitanlage, zu dem Platz, zu der Halle, zu was auch immer, wo ihr reiten wollt, geführt. Und in dem Moment nehme ich ja auch schon spätestens beim Putzen und Satteln die ersten Kontakte mit dem Pferd auf. So, jetzt ist nicht jeder Tag gleich. Habe ich wie jetzt so ein Dauerregenproblem, dann sind die Pferde auch missmutig. Zum Teil sind sie kalt, zum Teil haben sie sich gezankt um die besten regenfreien Plätze unter den Bäumen oder Ähnliches. Das heißt, ich habe eigentlich schon mal eine ganz andere Grundvoraussetzung, als wenn ich zum Beispiel ein Pferd bei 35 Grad im Schatten vom Pferd hole oder von der Wiese hole und die den ganzen Tag vollkommen genervt sind durch die Viecher. Ich habe was anderes, wenn gerade Weideauftrieb ist im Frühjahr und sie das Gras gefressen haben und der Zucker ihnen in den Kopf schießt und sie anfangen auf einmal lustig zu werden. Ich habe was anderes, wenn sie im Winter kalt in der Ecke stehen, weniger Sozialkontakte haben, weil eben halt nicht so viel Pädokfläche oder Winterweide zur Verfügung steht, um das alles zu gewährleisten in der Reitanlage, wo mehr in der Box verbracht wird und dann vielleicht noch eine Führanlage oder Ähnliches dazu kommt. Also ihr merkt schon so, das Potpourri der Möglichkeiten ist schier unendlich. Und deswegen ist es so wichtig, als derjenige, der sich jetzt gleich auf das Pferd setzt, um zu reiten, dass der ein Gefühl dafür bekommt, wie ist mein Pferd an diesem Tage drauf. Ist er zufrieden? Ist sie zufrieden? Ist sie vielleicht rossig? Sind wir jetzt nach einer Krankheit wieder am Start? Oder ist er jetzt fünf Tage oder sie fünf Tage durchgeritten worden? Hat es frei? Ist longiert worden? Also ihr seht schon, ich habe x hoch n Möglichkeiten, was jetzt die jeweiligen Zustand des Pferdes, also ich gehe jetzt vom gemütsmäßigen Zustand aus, angeht. Hier sind wir Menschen ja auch nicht immer gleich. Der eine, der hat gerade eine Erkältung hinter sich, der nächste fühlt sich ein bisschen schlapp, der nächste hat gerade zwölf Stunden gearbeitet, der nächste hat Stress mit seinem Partner, der wieder nächste hat Stress auf der Arbeit und so weiter. Und dann seht ihr schon, auch der Mensch kommt jetzt mit seinen Alltagssorgen da in den Stall. So, und da empfehle ich eigentlich schon in der Vorbereitung auf die Reitstunde, alles, was ihr mit dem Pferd macht, zu nutzen, um zu entspannen, um euch auf das Abenteuer Pferd komplett einzulassen und da auch ganz klar den Fokus auf das Pferd zu legen. Guckt nach den kleinen Zeichen. Ist es zufrieden? Ist es genervt? Ist es zappelig? Ist es ruhig? Ist es matt? Ist es aufgeregt? Ja, dass ihr das mitbekommt und dann hinterfragt auch ruhig im Vorfeld schon mal eure Gefühlslage. Seid ihr vielleicht auch genervt? Seid ihr vielleicht stressig angekommen? Es war viel Verkehr, ihr habt wenig Zeit zur Vorbereitung auf die Reitstunde oder was auch immer. Ja, dass ihr da auch einmal ganz ehrlich in euch hineinhorcht und sagt so, wie geht es mir denn jetzt gerade eigentlich? Und nutzt die Zeit zum Putzen und Satteln, das in aller Ruhe zu machen, um im Prinzip, ich sage immer, wenn ihr ein Pferd putzt mit jedem Striegelstrich, mit jedem Kadetschenschritt, kommt ihr dem Ponyhofeeling näher und lasst den Alltag hinter euch. Und eigentlich so, wie ihr den Dreck aus dem Fell wischt, solltet ihr die Alltagssorgen in dem Moment vielleicht auch wegwischen. Weil dann haben wir eine tolle Basis, eine gute Zeit mit unserem Pferd in den nächsten 45 bis 60 Minuten zu verbringen. So, ihr geht in die Halle und Reiterhallen unterliegen auch Stimmungen. Das ist der eine Reiter, der uns nervös macht, weil der immer demonstrativ das reitet, was er gerade kann. Wir fühlen uns dagegen klein und auch etwas verunsichert. Dann gibt es den Reiter, der nie hochguckt, immer im Weg ist. Dann gibt es den Reiter, der mein Pferd aufregt, mein Pferd davor Angst hat und ähnliche Sachen. Auch das sind so Momente, wo ihr in der Reithalle erstmal ankommen solltet und da auch für euer Pferd immer den souveränen Herdenchef abgeben solltet. Denn euer Pferd nimmt diese Stimmung in der Halle, auf dem Platz, auf dem Springplatz natürlich auch auf. Die beste Arbeitsatmosphäre ist eigentlich für ein Pferd mit einem guten Kumpel zusammen. Pferde sind zum Teil auch nicht gerne alleine. Insbesondere, wenn der Reiter noch ein bisschen unsicher ist, kann das alleine Reiten für ein Pferd auch mittelprächtig anstrengend sein. Ja, manchmal hilft es, wenn da ein guter Kumpel bei ist, mit dem man sich auch gut versteht und wo man vielleicht auch als Mensch so ein bisschen mehr in das Ponyho-Feeling eintauchen kann und den Stress des Alltags erstmal hinter sich lässt. So, jetzt war ja die Frage, wie sieht jetzt eigentlich die ideale Reitstunde aus? Jetzt seht ihr schon, so im Prinzip diese Vorbereitung ist ja eigentlich schon Teil der Reitstunde. Weil ich finde immer, je besser die Vorbereitung ist, desto harmonischer läuft hinterher auch die Reitstunde an sich ab. So, was habe ich jetzt dann zu beachten, wenn ich in der Halle bin und jetzt anfangen möchte zu reiten? Also ich muss jetzt erstmal gucken, was habe ich für ein Pferd? Habe ich ein älteres Pferd? Habe ich ein gut ausgebildetes Pferd? Habe ich ein junges Pferd? Ja, weil auch da unterscheidet sich so ein ganz klein bisschen, was ich mache. Ihr müsst aber immer bedenken, jede Reitstunde hat vier Phasen und an diesen vier Phasen kommen wir nicht dran vorbei. Die Phase 1, das hatte ich schon mal in einem Video erklärt, ist die erste Lösungsphase. Die erste Lösungsphase umschließt Leichtraben und Schritt auf großen Linien. So, was sind große Linien? Zirkel, ganze Bahn, einfache Schlangenlinie, Schlangenlinie durch die Bahn, drei Bögen. Das sind zum Beispiel große Linien. Das ist das, was ich brauche, um warm zu werden. Für ein junges Pferd würde ich deswegen immer empfehlen, erstmal einen Teil der Schrittzeit zu verkürzen, durchführen, weil da noch nicht diese Routine drin ist. Pferde haben zum Teil etwas autistische Züge und in diesen autistischen Zügen ist es eigentlich ganz gut, sich als Reiter zu bewegen. Warum? Weil das Pferd für die Arbeitsphase ungefähr 20 bis 25 Minuten Konzentration hat. So, je routinierter ich und gleichmäßiger ich die erste und zweite Phase meiner Reiterei absolviere, desto mehr Zeit habe ich hinterher in der Arbeitsphase. Bei jungen Pferden ist im Prinzip das Aufsitzen und die Arbeitsphase ein Ding. Das heißt, da habt ihr sowieso nur einen Slot von ungefähr 20, 25, wenn es gut läuft, 30 Minuten. Ihr kommt ja immer von bekannten Abläufen zu unbekannten Abläufen. Und das ist ja beim Reiter auch so. Ihr wisst selber, wenn ihr in die Bahn kommt, wir sollten mindestens eine Viertelstunde Schritt reiten, dass das mit einem jungen Pferd, das vielleicht gerade frisch unter dem Sattel ist, Blödsinn ist, brauchen wir auch nicht drüber reden. Da würde ich dann wirklich 10 Minuten führen und dann 5 Minuten ein bisschen Schritt reiten, einmal so ein bisschen anfühlen. Wie ist es denn drauf? Aber diese Viertelstunde ist unabdingbar, damit etwas, diese Novia angeregt wird, sprich die Gelenkschmiere an Ort und Stelle ist. Das empfehle ich euch allerdings auch. Also ich sage mal, ich bin ja jetzt auch nicht mehr ganz taufrisch. Ich führe immer noch, auch wenn mein Pferd jetzt ein bisschen älter schon ist und ich vielleicht auch direkt aufsitzen könnte. Aber ich habe es so ein bisschen im Ritual, dass ich erst mal 5 Minuten mit dem Pferd in der Halle auf den Platz laufe oder ein bisschen Straße rauf, runter, in Ruhe Gurte, Bügel runter mache und dann erst aufsitze. Warum? Weil dann habe ich mich auch schon mal mehr bewegt. Ja, wenn ich dann auf dem Pferd sitze, ihr müsst immer denken, wir gehen immer davon aus, ah, gesunde Haltung, Trainingsplan, Pferd. Aber wir treiben doch auch Sport. Das heißt, je besser wir geschmiert sind, wenn wir schon mal ein paar Schritte gelaufen sind und unseren Körper vorher auch etwas durchbewegt haben. Ja, ich habe ja genug Videos gemacht, wie man zum Beispiel so ein bisschen vorbereitende Gymnastik oder so macht. Man kann ja auch im Prinzip, während man mit dem Pferd läuft, noch mal so ein bisschen in sich reinfühlen, bevor man aufsitzt. Je wärmer und je besser ihr da unterwegs seid, desto weniger habt ihr ein Unfallrisiko. Auf der anderen Seite tut ihr eurem Körper damit auch was Gutes. Denkt immer dran, wir Reiter sind diejenigen, die sie eigentlich am schlechtesten von allen Sportlern immer warm machen. So, wenn ihr jetzt dann die erste Phase, Schritt und leichter haben, reitet, erste Lösungsphase, dann merkt ihr ja, wie euer Pferd drauf ist. In dieser Phase würde ich keine Experimente machen, sondern da gilt immer wieder, bedient die autistischen Züge eures Pferdes, guckt, dass er die Zeit so lang gestaltet, wie das Pferd es benötigt. So, jetzt gibt es aber Pferde, die lösen sich im Trab nicht wirklich gut. Dann kann ich diese Phase aber auch entsprechend kurz gestalten. Dafür gibt es keine Minutenvorgabe. Ja, also ich habe durchaus Pferde gehabt, die hätte ich 20, 40, 60 Minuten leicht rammen können. Ich wäre aber nicht dazu gekommen, sie zu lösen. Da war die Vorgabe seitens des Reitlehrers, du trappst eine Runde rechts rum leicht, eine Runde links rum leicht. Warum? Weil man einmal gucken muss, ob das Pferd lahmt oder ob es irgendwas hat. Und dann galoppierst du an. Dann war ich nämlich schon ganz schnell in der zweiten Lösungsphase. Ja, zweite Lösungsphase heißt, ich reite leicht traben und galopp im steten Wechsel. So, diese Phase ist allerdings, die zweite Lösungsphase ist so, da ist eigentlich das Ende vorgegeben. Und zwar damit, dass das Pferd die ersten drei Punkte der Ausbildungsskala absolviert. Das heißt, es geht taktmäßig in Schritt, Trab, Galopp. Es ist losgelassen, innere und äußere Entspannung der Muskulatur und der Psyche. Und es geht schon in beginnende Anlehnung. So, überprüfen kann ich das, indem ich die Zügel aus der Hand kauen lasse. Im Trab als auch im Galopp. Ist das erfolgt, ist bei mir immer so, da baue ich ganz dezidiert eine Schrittpause ein. Und zwar eine Schnittpause am absolut hingegebenen Zügel. Warum? Weil es fürs Pferd unheimlich wichtig ist, wenn sie in Anlehnung gehen, wenn der Rücken sich aufwühlt. Die Pferde haben einen Gegenspieler. Und dieser Gegenspieler ist nun mal halt immer zwischendurch der lange Hals. Ja, dass die Muskulatur in der Oberlinie einmal kurz entspannt. Das ist ganz, ganz wichtig. Das wird leider nur immer sehr selten gemacht oder es wird so an so einem halblangen Zügelschritt geritten. Das ist Gift. Ja, wirklich hinten an der Schnalle anfassen. Das Pferd einmal komplett strecken lassen. Das ist ganz, ganz wichtig, damit die Muskeln einmal kurz in die Gegenstreckung gehen. Und damit habt ihr dann auch wieder Zeit gewonnen für eure Arbeitsphase. Die beginnt nämlich genau nach dieser Schrittrunde. Nach dieser Schrittrunde, da ist ein guter Moment nachzugurten. Da ist auch ein guter Moment, nochmal Jacke an, aus, sich vielleicht mal nochmal selber so ein bisschen zu sortieren. Einmal nochmal, wenn man bis dahin noch nicht wirklich warm ist, mal eben kurz die Beine ein bisschen rechts und links vom Sattel weg. Nochmal ein bisschen das Becken öffnen. Sich vielleicht noch einmal zu drehen. Einmal zu gucken, ah, ist mein Hals frei, ja. Auch eine schöne Übung ist immer, wenn ihr gerade sitzt, immer mal rechts, links, rechts, links. Weil dann euer Körper, ihr macht was. Das ist eine Übung, die kommt aus der Neuroathletik. Diese Übung finde ich immer ganz spannend, weil man sie auch immer wieder im Schritt machen kann. Erstmal, ihr merkt, ob ihr hier Verspannungen in dem Bereich habt und fangt an, diese beginnen zu lösen. Das zweite ist, dadurch, dass ihr in einem stetigen Wechsel seid, müsst ihr euch hier sehr gut ausbalancieren und ihr müsst euch hier gerade richten. Auf der anderen Seite, durch diesen ständigen Wechsel ist unser Gleichgewichtssystem animiert und angeregt und versucht auch nochmal, den ganzen Körper gerade auszurichten. Und das macht auch dem Pferd durchaus Sinn. Das ist manchmal ein bisschen seltsam anmutend, weil ich immer mit so komischen Dingen zum Teil um die Ecke komme. Aber ich sage eins, es wird euch helfen. Ihr werdet immer merken, selbst wenn ihr in der Reitstunde seid, wenn ihr im Gruppenunterricht seid oder so und mal kurz im Schritt diese Bewegung hier macht, ihr braucht das nicht so schnell machen, werdet ihr merken, wie euer Gleichgewichtsorgan anfängt zu arbeiten und ihr euch dann irgendwann Kerzen gerade auf dem Pferd selber nivelliert, ohne dass ihr dafür aktiv eure Muskeln benötigen müsst. So, das nächste, was jetzt kommt, ist die Arbeitsphase. Arbeitsphase ist eigentlich die dritte Phase innerhalb einer Reitstunde, wo das Pferd Lektionen verfeinert oder wir neue Lektionen erarbeiten können. Das ist die Phase, wo wir zum Beispiel neue Dinge beginnen können. Da arbeite ich gerne mit Vorübungen, dass zum Beispiel das Pferd, wenn ich zum Beispiel einfache Wechsel üben möchte, also vom Galopp in den Schritt, dass ich vorher zum Beispiel im Galopp den Zirkel verkleiner, vergrößer, verkleiner, vergrößer, damit ich jederzeit jeden Galoppsprung einzeln als Reiter beeinflussen kann, immer gucke, ob das Pferd sich dabei gut balanciert. Dann mache ich einige Übergänge zum Trab, fang an den Galopp, Trabübergang immer kürzer zu gestalten und das Pferd immer wieder mehr aufzunehmen und zu fragen, möchtest du dich mehr setzen und irgendwann wird er mir darüber dann den einfachen Wechsel anbieten. Mache ich das auf der einen Hand erstmal kontinuierlich, kann ich die Hand wechseln, mache das auf der anderen Seite kontinuierlich und erst dann fange ich an, wirklich einfache Wechsel zu reiten, um diese dann auch in der Qualität zu verbessern. Dass ich zum Beispiel einen losgelassenen Schritt bekomme, dass ich nicht so eine Roms-Boms-Parade auf der Vorhand habe, sondern das Pferd wirklich tatsächlich in der Hinterhand von dem Galopp in den Schritt geht und auch einen fleißigen Schritt anbietet. Ist jetzt so ein Beispiel. Gleiche gilt jetzt auch zum Beispiel, wenn ich jetzt noch Reitanfänger bin, würde ich in dem Moment zum Beispiel, wenn es mir nicht gut gelingt, ein Pferd anzugaloppieren, würde ich an der Stelle immer wieder gucken, welche Vorübung hilft mir, was muss ich verbessern, muss ich vielleicht mein Aussitzen im Trab verbessern, muss ich da ein bisschen an mir arbeiten und dann geht es nicht darum, dass ihr angaloppiert und man einmal galoppiert, nein, dann müsst ihr die Übung auch x-mal wiederholen, bis ihr euer Popometer, also das wichtigste Instrument des Reiters, entsprechend sensibilisiert habt, dass ihr wisst, wann ist der Moment der Galopphilfe, wie stark muss ich die Galopphilfe geben und was muss ich sofort im Moment des ersten Galoppsprunges tun. Ja, und da sind so Sachen, da wird auch euer Pferd dann gut mitarbeiten, wenn ihr euch da Zeit nehmt und das zwar stringent und logisch macht, auch dran bleibt, das ist auch so ein Problem, der eine fängt hier was an, da was an, hier was an, da was an, das führt zu keinem Ergebnis, sondern es sollte, wenn möglich, alles aus einem Guss sein. Wenn ihr euch anguckt, wie die Profireiter reiten, die machen das eigentlich immer, oh ja, die machen ja immer das Gleiche. Nee, eigentlich nicht, sie sind ja erfolgreich damit, dem Pferd auch weiterhin was beizubringen. Sie bedienen nur in der ersten und zweiten Phase, eben halt in den Lösungsphasen, Lösungsphasen immer das gleiche Modul, dass das Pferd vom Kopf her nicht ermüdet und dann in der Phase, in der Arbeitsphase, wiederholen sie das der letzten Stunde oder der letzten Woche, was sie geritten sind und verfeinern das und wenn das mit dem Verfeinern und dem Wiederholen gut geklappt hat, dann kommt direkt was Neues drauf und ihr merkt schon, es hat einen ähnlichen Aufbau wie der Unterricht an einer Grundschule. Na, wenn ein Kind ein E malen soll in Schreibschrift, was übt man? Erstmal Kreise malen im Vorfeld. Man übt das Führen des Stiftes, man übt das Führen des Stiftes auf einer Linie. Man übt das Führen eines Stiftes und das Auflösen des Kreises, so, dass ich eben hinterher mehr oder weniger ein E male, kein O, sondern ein E, dass ich den Bogen etwas nach oben ziehe und nach hinten rausziehe. Und im Prinzip genau so arbeitet man mit dem Pferd auch. Ich beginne mit einfachen Übungen, die das Pferd kennt und von da aus verfeinere ich das, um dem Pferd immer wieder zu suggerieren, wo die Reise hingeht. In dem Moment, wenn es klappt, ist das Lob das Wichtigste, was das Pferd benötigt. Dass es immer wieder dafür gefeiert wird, wenn nach stetem Dranbleiben an einer Übung das Pferd weiß, okay, das, was ich jetzt angeboten habe, das ist das, was die Hilfe des Reiters bedeuten soll. Und das muss ich loben. Ganz, ganz wichtig. Auch wenn ihr als Anfänger zum Beispiel auf einem älteren Pferd sitzt, es euch bis dahin nicht gestattet hat, anzugaloppieren, sondern mit euch mit Renntrapp durch die Gegend ist, springt es auf eure Hilfe, breitwillig an, nehmt es euch mit in den Galopp, sofort loben. Ihr müsst nicht alles wegschmeißen, ein kleines bisschen kratzen mit den Ringfingern, am Widerriss reicht, ein bisschen belohnen durch die Stimme ist super. Denkt dran, das Pferd spürt jede Fliege am Leibe. Und das ist auch ganz wichtig, dass ihr da in einen guten Dialog mit dem Tier tretet. Und das ist eigentlich das, was ich als die ideale Reitstunde für Pferd und Reiter empfinde. Das ist nicht die, wo viele Sachen neu erprobt werden, sondern das ist die Stunde, wo auch das Erarbeiten vielleicht von neuen Dingen mit Vertrauen, Harmonie, Geduld und in Ruhe funktioniert. Immer dran denken, wir haben sensible Tiere, wir selber bringen auch eine gewisse Sensibilität mit und genau diese zwei Wesen sollten möglichst deckungsgleich aufeinander kommen. Und das ist eigentlich das, was ich als die ideale Reitstunde bezeichne. Wenn ihr mich nach meinen idealsten Reitstunden fragt, also ich habe ja immer unterschiedliche Gesichtspunkte, also was ich immer so als Gänsehaut Momente sind, ich habe einige Pferde gehabt zur Korrektur, die verlernt haben zu atmen, die den Menschen komplett misstrauen, die also wirklich gar nichts mehr so, die mechanisch die Reiterei abgearbeitet haben, aber eigentlich die Motivation und die Freude verloren hatten. Wenn man dann merkt, wenn man da Arbeit, Geduld, Spucke, immer wieder diese autistischen Züge bedient, versucht keine Überforderung reinzubringen, wenn diese Pferde auf einmal einem das Gefühl geben, das meistens so als wenn ein Schalter umgeht, ja, bei dir kann ich aufatmen, dir vertraue ich, jetzt mache ich auf und jetzt halte ich mich mental nicht mehr fest, jetzt darfst du mich reiten. Das sind eigentlich diese Magic Moments, das sind für mich dann die Bonbons, das sind für mich dann die idealen Stunden, wo ich weiß, okay, jetzt hat das Pferd endgültig entschieden, dass ich es nicht überfordern werde, dass ich nicht unmögliche Dinge möchte, dass ich nicht brutal werde, dass ich nicht hektisch elektrisch werde, sondern dass ich mit Geduld und Spucke es versuche, auf meine Sprache zu konditionieren und wenn es dann sagt, okay, ich habe es verstanden, du bleibst dabei, wenn ich was falsch mache, ist es nicht schlimm, du strafst es nicht, aber du belohnst es auch nicht. In dem Moment, wenn ich was falsch mache, gehst du drüber hinweg und beginnst wieder nochmal von vorne. Und das ist eigentlich das Idealste, was einem Pferd passieren kann, ein Reiter, der seinen Kopf mitbringt, weil wenn etwas beim Reiten nicht gelingt, dann ist es nicht das Pferd schuld, sondern es ist der Schuld, der die Hilfe gibt, ganz eindeutig, die Pferde verabreden sich nicht mit uns, ja, sondern dann muss ich überlegen, habe ich an dem Moment dem Pferd zu viel zugemutet, habe ich zu wenig zugemutet, war meine Vorübung nicht gut, mache ich vielleicht unterbewusst etwas falsch. Also es gibt ja so ein paar Sachen, kennt ihr auch, die wir machen, die formal zwar richtig sind, aber genau dieses Pferd, auf dem wir gerade sitzen, unmittelbar stören. Ja, und der gute Reiter, der kann sich auf sowas drauf einstellen. Und je unsichtbarer und je feiner ihr arbeiten könnt, desto mehr kommt er in diesen sauberen Dialog mit dem Pferd. Ja, man spricht nicht ohne Grund von Reitkunst, weil es ist eine sanfte Kommunikation, die durch euren Körper auf den Körper des Pferdes funktioniert und vom Körper des Pferdes über euren Po, eure Beine in euren Körper hinein. Und dieser konsequente Ausgleich, dieses Miteinander schwingen, das macht eigentlich den idealen Moment aus. Und das ist das Ziel, wonach wir eigentlich alle streben sollten. Ja, nicht die äußerliche Harmonie, sondern dieses blinde Verständnis, wenn man drauf sitzt, dass man merkt, okay, ich kann jetzt da hinten den Muskel ansprechen, ich kann hier ansprechen, ich kann da ansprechen und ich habe das Pferd sauber an meinen Hilfen. Ich sage immer so schön, Sie müssen am Popo kleben. Und dieses am Popo kleben kriege ich eigentlich nur durch konsequentes Reiten, immer wieder verfeinern, immer wieder über diesen Dialog hin. Das ist nicht immer ganz einfach. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, es gibt immer Tage, an denen man selber mit dem falschen Fuß aufsteht. An dem Tag sollte man es dann auch sein lassen. Dann reitet man einfach ein bisschen locker, also die ersten zwei Phasen, ein bisschen leicht traben, ein bisschen galoppieren, dann nochmal in die Tiefe und dann geht man besser eine runde Schritt draußen rum oder geht direkt ins Gelände. Dann lässt man das am besten sein, mit dem wir erarbeiten uns etwas Neues. So, ist die Arbeitsphase, die so um die 20 Minuten dauert, beendet, dann geht ihr wieder in dieses, er erlangt euer Ergebnis, was ihr euch erarbeiten wolltet. In dem Moment geht auch der Zügel wieder sofort lang. Die Pferde werden gelobt und danach gehe ich in die Entspannungsphase. Dann trabe ich nochmal leicht. Warum trabe ich nochmal leicht in der Entspannungsphase oder in der Abkühlphase? Erstmal, wenn das Pferd von einem hohen Puls, einer schnellen Atmung, muss es langsam auslaufen. Ja, das heißt, ich brauche ein Cooldown, das würde jeder Sportler auch so machen. Auch ein Sprinter läuft nochmal eine kurze Strecke, um sein Herz-Kreislauf-System nach unten zu bringen. Das sollten wir in dem Fall auch machen. Und das Leichttraben hat hinterher mit langer, tiefer Haltung, hat beim Pferd auch nochmal den Effekt, das sollte jetzt irgendwo eine Verkrampfung, eine Verspannung sein, die sich jetzt in der Bewegung nochmal eben kurz lösen kann, dass ihr die nicht mit in den nächsten Tag nehmt. Und dann gehen die Züge lang und dann wird am hingegebenen Zügelschritt geritten. Solltet ihr ein junges Pferd haben, dann verkürzen sich die Phasen insgesamt. Da ist dann eine Gesamtreitzeit von 20, 25 Minuten genug. Da tragt man dann traditionell nur leicht, fängt an ein bisschen Galopp zu erarbeiten, reitet auch zwischendurch mal eine kurze Phase Schritt, aber auch nicht mit angefasstem Zügel. Denkt dran, der Schritt ist heilig. So, ich hoffe, ich konnte jetzt so ein bisschen diese Frage beantworten, aber ihr seht schon, es gibt viele Wenn und Aber und was habe ich für ein Pferd und hier und da und vor und zurück. Aber ich würde immer sagen, eine ideale Reitstunde ist die Reitstunde, wo ich zu einem positiven Ergebnis gekommen bin in einer entspannten Atmosphäre. Das wäre so das, was ich als ideal erachten würde. Wenn ihr so ein bisschen drauf achtet, dann gelingt es euch auch, ich sage mal so in 70, 80 Prozent. Manchmal müsst ihr ein paar Abstriche machen, aber es gibt auch Tage, wo ich sage, okay, ich wiederhole nur, weil das macht heute einfach keinen Sinn. So, aber auch das gehört dazu, um einen guten Abschluss zu finden, zu sagen, okay, also irgendwie, das Pferd klemmt heute und fällt schon Leute in der Bahn und die regen mich auf und da an der Wand sitzen auch die, die ich nicht brauchen kann und dann kommen jetzt noch mehr Leute in die Halle, dann brauche ich nicht anfangen mit einem Pferd, was zum Beispiel ein bisschen klemmig ist oder sich gerne ablenken lässt, neue Dinge zu reiten. Also fange ich da, mache ich da so mein Standardprogramm, gucke, dass ich das Pferd durchlässig habe und bringe es dann zufrieden in die Box und dann haben wir alle davon gewonnen, als wenn ich jetzt anfange, da irgendwas zu reiten, was an dem Tag überhaupt nicht geht. So, und in dem Sinne hoffe ich, ich konnte die Frage entsprechend beantworten. Solltet ihr auch eine Frage haben, schickt mir diese gerne. Ich habe noch ein paar andere spannende Dinge vorbereitet für euch, für die nächste Zeit und dann hoffe ich, dass ihr euch diese auch anschaut und wir uns dann auch sehen und dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei euren Pferden. Bis dahin. Tschüss.